In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an. Wir sehen uns heute mit dem nächsten Disney Platin-Moments-Drop auf Vivi. Unter anderem haben wir mit einer wahrscheinlich der bullischsten Nachrichten, die es da draußen momentan so gibt. Die einen oder anderen unterschätzen das momentan. Ich werde dir zeigen, wieso, weshalb, warum. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute wirklich mit einem wunderschönen Update. Und ich würde sagen, dementsprechend starten wir auch direkt rein ins Video. Bevor wir jetzt aber mit diesem sehr, sehr schönen Update beginnen, würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall als erstes erstmal den nächsten Comic-Drop an. Und zwar nämlich für den Donnerstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Und hier sehen wir X-Men Hashtag 1 aus dem Jahr 2019. Das ist ein relativ neues Heft, natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Rare-Covern. Und das sind einmal hier die Cover, die wir sehen werden. Das Ganze wird, wie gesagt, am Donnerstag und wird es in deutscher Zeit droppen. Es ist tatsächlich nicht ein allzu starkes Comic. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ist gerade mal eine 9.8 hier. 38 Dollar wert. Dementsprechend für mich definitiv ein Skip von diesem Comic. Nichtsdestotrotz könnte es auf jeden Fall in Zukunft interessant werden, da anscheinend Marvel ja auch immer wieder neuere X-Men-Comics droppt. Also es könnte es auch möglicherweise sein, dass in Zukunft das MCU mehr auch von X-Men dominiert wird. Das ist aber natürlich nur reine Spekulation. Dementsprechend hier auch dieses Comic meiner Meinung nach reine Spekulation, wenn man das kaufen möchte. Ansonsten noch eine ganz kurze Ankündigung, bevor wir jetzt wirklich in das spannende Thema einsteigen. Am Mittwoch um 20.00 Uhr deutscher Zeit, das heißt morgen, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, heute werde ich auf jeden Fall um 20.00 Uhr deutscher Zeit streamen zusammen mit Frank Vivi Versum. Und hier werden wir unter anderem auch wieder das Thema digitales Sammeln haben. Wieso, weshalb, warum, was könnte da noch auf uns zukommen in Zukunft. Da sei auf jeden Fall gespannt. Kommen wir als nächstes zu den Platy Moments, bevor wir dann wirklich zu den super spannenden Themen heute kommen. Und zwar werden wir nämlich am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit eine weitere Platy Moments Series sehen, und zwar nämlich von Pixar. Und wie wir auf jeden Fall hier schon erkennen können, wir haben ja auf jeden Fall auf der Front einmal Woody. Insgesamt werden wir noch zwei weitere Collectables von Pixar sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Platy Moments wir denn noch sehen werden. Schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, ob du den gesamten Job mitnimmst oder nicht. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, starten wir in das wirklich sehr, sehr spannende Thema des heutigen Tages rein. Und der Vivi Meister hat es hier an dieser Stelle schon getweetet, und zwar es geht hier um die Lokalisation, auf die wir schon so lange gewartet haben. Und jetzt wird sich der eine oder andere wahrscheinlich fragen, hey, was bedeutet denn Lokalisation? Wollen die jetzt wissen, wo ich bin? Und so weiter und so fort. Wollen die mich tracken? Nein, natürlich tracken die sich schon über deine IP, aber jetzt ist es sozusagen auch möglich, in der App einzustellen, was für eine Sprache du haben möchtest. Es gibt zum momentanen Zeitpunkt auch leider nur vier Auswahlmöglichkeiten. Nachnamen Englisch, Japanisch, Español, das heißt Spanisch und Französisch. Und jetzt wird der eine oder andere sich jetzt denken, okay, das ist ja schön und gut, jetzt haben wir vier neue Sprachen, was soll jetzt hier diese Aufruhr? Der Punkt ist einfach der, dass zum Beispiel für Leute, die kein Englisch sprechen, es häufig sehr, sehr schwierig ist, diese App wirklich auch zu nutzen und sie zu verstehen. Zum momentanen Zeitpunkt ist das Ganze auch nur in der Web-App verfügbar, ist es aber natürlich relativ obvious, dass das Ganze natürlich auch in den kommenden Wochen in der normalen Handy-App etabliert wird. Das wird auf jeden Fall erstmal nicht nur eine Menge neue Leute hier wirklich die Türen öffnen mit dieser Sprache, weil sie endlich auch diese App verstehen können, sondern natürlich hier auch mehr oder weniger ein Move ist in Richtung Marketing beziehungsweise spezifische Regionen anzuvisieren, sei es zum Beispiel die japanische Community, die dann zum Beispiel auch endlich mal, wenn sie kein Englisch sprechen, diese App nutzen kann und wirklich auch versteht, worum es dort geht. Denn wenn man sich mal anschaut, was für Sprachen wir jetzt dabei haben, die mit in die App integriert wurden und welche denn eigentlich so die meistgesprochenen Sprachen auf der Welt sind, dann hat die Vivi eigentlich wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Was momentan tatsächlich uns noch fehlt, ist Mandarin chinesisch. Das war tatsächlich meine Hoffnung, dass das mit unter anderem auch als erstes kommt, weil das Mandarin einfach häufig eine grundlegende Sache ist, die viele Leute auch einfach verstehen im asiatischen Raum. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt Englisch, wir haben Spanisch, wir haben Französisch. Spanisch ist auf Platz 4, wir haben Französisch auf Platz 5, was schon mal sehr gut ist, und Japanisch hier auf Platz 13, was meiner Meinung nach immer noch mit hier auf jeden Fall Deutschland sehr, sehr gut ist. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt vier Sprachen aus den Top 13 auf der gesamten Welt, was meiner Meinung nach schon mal wirklich ein sehr guter Anfang ist. Natürlich sowas wie Russisch oder auch natürlich hier, wie gesagt, Mandarin. Das ist natürlich etwas, was man natürlich noch gerne in Zukunft sehen möchte. Nichtsdestotrotz sollte man aber sich auch anschauen, okay, warum sind vielleicht auch diese Sprachen gewählt worden? Natürlich erstmal aus einem ganz bestimmten Grund, weil man natürlich auch schauen möchte, okay, diese Sprachen, die wir jetzt hier auswählen, in welchen Ländern wird das dann eigentlich gesprochen? Weil natürlich macht es keinen Sinn, jetzt eine afrikanische Sprache zu etablieren, weil man genau weiß, okay, der afrikanische Kontinent ist jetzt einfach nicht der mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, wo einfach auch eine große Kaufkraft in den Markt kommt über die App. Und wenn man sich zum Beispiel hier aus 2021 mal eine Statistik anschaut über Wikipedia, ich weiß, es ist natürlich leider Wikipedia, nichtsdestotrotz, wir verlassen uns jetzt einfach mal hier auf diese Daten, dann sieht man doch relativ gut, dass wir eigentlich hier unter anderem auch beim Bruttoinlandsprodukt 2021 relativ viele Staaten mit dabei haben, bzw. relativ viele Länder mit dabei haben, die natürlich auch ein starkes BIP haben. Man muss natürlich ganz klar sagen, hier 2021 ist das BIP natürlich auch meines Wissens nach jedenfalls ein bisschen zurückgegangen aufgrund der Covid-Krise. Nichtsdestotrotz haben wir hier auf jeden Fall wirklich an der Spitze viele Länder erstmal, wo man entweder Englisch spricht, Spanisch, Französisch oder auch Japanisch. In dem Fall Japan zum Beispiel hier sehr relativ weit oben. Das ist prinzipiell erstmal eine Sache, die man wirklich nicht unterschätzen sollte, denn Sprachen öffnen wirklich auch Türen. Denn wenn du eine App nicht verstehst, warum solltest du sie dann nutzen? Und das ist meiner Meinung nach ein ganz berechtigter Punkt. Warum sollte ich als Japaner eine englische App nutzen, obwohl ich gar kein Englisch spreche? Das macht eigentlich ziemlich wenig Sinn. Und häufig ist es dann auch einfach sehr kompliziert, weil du auch nicht in der App direkt übersetzen kannst, irgendwie mit einem Übersetzer, sondern musst jedes Mal dann rausgehen. Du musst es dann irgendwie translaten. Das ist einfach nicht schön und das macht keinen Spaß. Natürlich möchte man auch in Zukunft hier dann auch mal Deutsch in der App haben. Ich denke mal, das wird auch kommen, aber es ist auf jeden Fall an dieser Stelle meiner Meinung nach ein sehr positives Zeichen, weil es ein Zeichen ist in Richtung, okay, wir machen jetzt hier die Türen auf, zum Beispiel für Sprachen Japanisch, Französisch, Spanisch und wollen natürlich auch dementsprechend diese Märkte in Zukunft mit etablieren. In Vivi natürlich diese Communities auch anzusprechen und meiner Meinung nach wirklich der beste Weg hier auf jeden Fall über diese Lokalisation mit den vier Sprachen bis jetzt sind auf jeden Fall alle vier Sprachen, die auf jeden Fall auch relativ verbreitet sind, von vielen Leuten gesprochen werden und dementsprechend meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr bullische News und auch für den japanischen bzw. den asiatischen Markt auf jeden Fall auch sehr interessant, denn der ist ja auch wirklich relativ groß und dementsprechend auch bringt das hier eine große Kaufkraft mit. Natürlich der französische und spanische sowieso und der englische ist natürlich sowieso an der Auf der Eins. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall meiner Meinung nach hier wirklich eine extrem positive Entwicklung und ich kann auch noch sehr gut vorstellen, dass wir hier in diesem Jahr auch noch einige Aktionen sehen werden in Richtung dieser Zählgruppen bzw. in Richtung dieser Sprachgruppen, dass man natürlich auch abzählt, den japanischen, den französischen und auch natürlich den spanischen Markt anzuvisieren, um dort natürlich auch deutlich mehr Leute in die App reinzuholen. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall als Fazit kann man sagen, es geht natürlich langsam voran, nichtsdestotrotz, es geht definitiv voran und wir haben jetzt hier auf jeden Fall wirklich einen Schritt gesehen, der meiner Meinung nach jedenfalls sehr, sehr positiv ist und von vielen, finde ich jedenfalls, sehr unterschätzt wird, da es hier auf jeden Fall wirklich Türen öffnet für Leute, die die App davor gar nicht nutzen könnten, aufgrund einer Sprachbarriere. Und das war es jetzt auch im Großen und Ganzen von dem heutigen Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.